Zurück sind wir, hurra hurra hurra. Siehste, du bist erschrocken beim Eingang. Ja, bin ich. Das schreckt alles ab hier, ey. So, ich mache jetzt aber erstmal so einen Schuhschrank. Geht's mit meinem Fressen? Drei habe ich fertig bekommen, Fressteile. Hast du ein bisschen was zum Verbrennen? Ach ja, ich sehe schon. Ja, guck mal rein, 15 Kohle. Gut, gut, gut. Ja, ich hab wieder Essen reingetan, ne? Ich bin nämlich voll tot. Yeah. Draußen wird's Nacht, also legen wir uns profan. Bevor hier wieder alles andere spawnt. Ja. Unsere Wohnhülle ist doch fantastisch. Was für Bettgespräche. Man ist doch schön am Einschlafen und was kommt dann? Unsere Wohnung ist doch herrlich. Ich könnte so ein bisschen tapizieren und so. Ja, genau. Sieht alles so ein bisschen erdig aus. Egal, wir sind Hobbits. Hobbits gefällt sowas. So, äh, halt. Was war das jetzt? Das ist das. Was machst du da? Ich sortiere ein bisschen. Das sieht ja aus wie... Bei Hempels unterm Sofa. Ein bisschen das Fressen. Das wollen wir weniger brauchen. Das Richtige. Och, du schier. So, ich gehe mal wieder arbeiten. Tschüss. Steak, Cooked Pork Chop. Steak, Cooked Pork Chop. Geil. Da gibt's Unterschiede. Ja. Hurra, hurra, hurra. Steak gibt's, glaube ich, nur von Rindern. Ja, das sind die Schweine. Pork halt und so. So, ich hab aber noch... Ich bin noch voll satt. Also, Essen haben wir erst mal ein bisschen. Ja, ich bin auch noch satt. Ah. So. Dann buddeln wir mal hier weiter runter. Dann gibt's die nächste Ebene. Was könnte ich denn jetzt mal machen? Du könntest mir helfen. Warte, da muss ich aber eine Steindingsachse hacken. Ach, da weiß ich nicht. In meiner Holzknüppelei komme ich da nicht so weit. Ach, ich hab wieder mal keinen Stein dabei und keine Stickies und überhaupt nichts. Ach, du kannst das Ganze auch mit der Faust rausboxen. Noch was? Ja. Eigentlich wollte ich doch zwei... Ich mach mal mal zwei. Eins, zwei. Yeah, ich hab voll das Achievement. Du hast voll das Scheiße. Das Scheißment. Ach, Scheißment. Scheißment hab ich jetzt. Äh, was will das denn jetzt? Ich wollte dir helfen. Genau. Genau. Autsch. Wir können uns eigentlich, wenn ich das hier so sehe... Wir können uns eigentlich. Wir können uns eigentlich. Ich bin mal jetzt hier voll intelligent und so. Warte. Jetzt wirst du gleich staunen. Oh je, ich kann es mir schon denken. Da müssen wir nämlich nicht extra raus. Das finde ich nämlich mal extrem uncool, dass wir da raus müssen und so. Dann hol ich schon mal ein bisschen Erde und mach den Eingang zu. Nö, lass nur. Lass nur den Eingang. Den müssen wir ja auch noch haben. Ich meine nur, dass wir hier... Achso, du meinst deinen... Ja, meinen produktiven Eingang. So, komm ich denn jetzt mal zu dir und so. Ach egal, ich boh mich einfach mal. Boah, das ist natürlich wieder Dreck. Du wirst natürlich gleich richtig failen, habe ich so den Eindruck. Wieso? Weil du jetzt bestimmt... Ja, das war mir jetzt so klar. Ich habe es doch gesagt. Wenn du ja scheiße baust, kann ich doch nichts für. Ja, 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 ja. Boah. Boah. Regst du mich auf. Du regst mich auf, hör mal. Junge. Frau. Mach mal ne... Warte, ich mach ne Leiter. Das ist doch Bums. Moment. Jo, traf die Hose. So, ich habe mir jetzt schon meine Leiter gemacht, da ich all die wichtigen Gespräche und so hatte. Ja, ja. Voll wichtig. Voll wichtig, Telefon und so weiter, ne? Au. Was war das denn jetzt? Oh, du bist doch so... Ich habe mir ein Bein gebrochen und du beleidigst mich. Du brichst ja andauern dir irgendwas. Zurecht. Das Scheiße ist hier. So, jetzt brauch ich mal noch ne extra Tür hier rein, ne? Wegen Sicherheit und so. Genau. Juhu. Deswegen leuchte ich jetzt hier auch noch mal aus. Ja. Jeesedunkel. So. Und dann hier noch mal ausleuchten. Guck, hier ist doch viel schöner, wo wir hier wohnen, als da, wo wir jetzt wohnen. Ja, ja. Das wird voll die Monsterhöhle. Das wird mal richtig geil. So, wo soll ich die andere Seite Minen gehen? Ja, kannst du machen. Die du schon angefangen hast hier. Ne, das war jetzt... Das ist jetzt das Kohlebett suchen. Oder das Eisenbett suchen. Ich habe ne Leiter gefunden. Die hast doch du verloren gehabt, oder? Oder bist du jetzt auf ne Mine gestoßen? Also auch so ne... ...generierte Mine. Ja, ganz groß und so. Ne, oder? Nein. Boah, ich wollte schon sagen. Ich habe meine Leiter gefunden. Weil ich einen unfreiwilligen Durchbruch geschafft habe. Aber irgendwas brummt hier sehr. Ich bin's nicht. Oh, das klingt gefährlich. Ich glaube, ich bin hier auf Spuren. Unserer Vorväter. Ja, ich bin hier auf ne heißen Spur. Oh. Verbrenn dich nicht. Was, was? Nur mal so. Das sind hier ganz komische Geräusche, die sich immer so abwechseln. Ganz leicht. Ich weiß nicht, ob es Zuschauer hören können. Ich glaube es nicht. Wart mal. Ich komme mal zu dir. Das sind hier so richtige Bässe. Als bin ich hier wirklich... Hörst du es mal rumpassen? Nö. Ich höre gar nichts. Oh, da bin ich zum Bastron. Hm. Nö. Naja, wenn ich hier meine Goldmine finde. Meine Diamanten. Die goldene Arme. Jojo. Ja, das ist ja noch ein bisschen zu hoch für die Diamanten. Ja, noch. Ja, noch. Noch am Aufbau und so. Genau, also in Folge 20 dürften wir den ersten Diamanten gefunden haben. Also hier sind komische Geräusche. Also ich weiß nicht. Also ich bin es nicht. Ich bin hier voll verwirrt. Was ist denn... Der Stein hier. Ja. Ist nicht schön. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja. Ansprüche darf man ja noch stellen. Also Hero Prime hast du nicht installiert, oder? Nein. Also irgendwie stimmt hier was nicht. Also irgendwie stimmt hier was nicht. Also ich habe keine Mods installiert oder so. Also nicht, dass du denkst, dass ich dir jetzt hier irgendwie einen Streich spielen möchte. Ich höre immer so... Ja. Was ist immer so? Ich habe gerade echt Schiss. Also ich höre... Hörst du es hier auch? Hörst du es? Nö. Ich höre ja nichts. Okay. Ich höre so... Scary. So, sowas-Töne. So komisches Atmen. Ich habe gerade echt Schiss. Also meine Lunge ist es nicht. Wenn es so Atemtöne sind. Okay, Leute. Das ist unheimlich. Weil ich hier gerade echt Schiss habe. Und das glaube ich für diese Woche reicht. Was ich sagen, beenden wir mal. Ich pisse mich hier echt gleich ein. Ich muss mal gucken, was das ist jetzt. Ob das irgendwie ein technisches Problem meinerseits ist. Oder ob hier Oli wirklich Scheiße gebaut hat. Ich brauche ja keine Scheiße. Ich verspreche es dir. Aua. Jetzt muss ich mir auf die Zunge gebissen. Aua. Ja, super. Aua. Ich muss die Zunge gebissen. Okay. Deswegen verabschieden wir uns erst mal für heute. Für diese Woche. Das nächste Mal geht es weiter. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist irgendein neuer Mob. Keine Ahnung. Ja, egal. Ja. Okay. Danke fürs Zuschauen. Gefällt mir drücken. Kommentare schreiben. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.